Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die und ich bin wieder zurück, ja, hi, entschuldige mich natürlich dafür und, ja, hast du die Krankenmeldung abgehoben, also ich hab hier keinen Zettel gekriegt. Liegt bei mir, liegt bei mir im Sekretariat. Liegt vor, ja? Ja. Naja, nicht, dass der wieder schwänzt, Wodan ist halt doch so, der war auch früher an der Schule so. Er hat's eingereicht, alles gut. Also sind alle da, vollzählig. Ja, ja, alle cute. Wodan war ein Schwänzer. Schwänzer. Kann nicht wahr. War gut, dann halt nicht. Ich hab gehört, ja, die Instanzhaltung. Was haben wir? Ja, ähm, ich hab ein paar Kommentare gelesen. Die da wären? Die müssen wir wohl warten auf Wodan, der macht wenigstens die Spikes immer. Ja, das hat, also, das hat, jeder hat hier so seine Aufgabe, ne? Also, du bist halt Spike Wodan. Spike Wodan. Spike Wodan. Finde ich jetzt nicht schlecht. Spikey. 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 Spikey Mike. Spikey Spikey. Ist natürlich krass, dass wir grad den vierzehnten Tag haben, ne? Also, ja, das ist schon genau richtig. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Das ist mir jetzt gerade eben das, nein, nein. Jackie, bist du hier in der Basis oder bist du weg? Ich bin da weg. Ich brauche und dann mache ich mir selber eine Shovel. Ja, also, das kannst du ruhig mal machen. Wieso sind hier eigentlich Sachen nicht gelootet oder ist hier schon wieder Loot? Das müsste Respawn sein. Also, das sieht so aus, ja. Wolltet ihr was zu den 14.6 sagen? Irgendwie. Ja. Was denn? Ja. Ja. Ja, dann, sag mal was. Nee, hier, nicht ich. Ach so. Jetzt, jetzt. Ja, was denn? Es gibt jetzt eine Airdrop-Markierung. Also, können wir was sagen? Ja. Gut, Airdrop-Markierung und, äh, was habe ich noch gelesen? Na? Ein paar kleine Backfixes. Ja, und es gibt wohl, wir haben sie aber noch nicht gefunden, einen Platz für eine Zigarette oder Zigarre. Ja, aber das wird wahrscheinlich dann erst freigeschaltet, wenn es soweit ist. Also, jetzt auf dem Charakter selber finde ich da kein Sport. Ich glaube, es gab schon früher im Cheat, also nicht Cheat-Menü, doch, doch ein Kreativ-Menü gab es, äh, Zigarren und Zigaretten. Ja. Ja. Ja, hat er es gesagt. Ja, Ben. Ich habe Kacke eingesammelt. Das ist jetzt nicht so clever. Naja, du stehst da drauf. Ein bisschen einreiben, hallo? Ja, muss sein. Gegen Insekten, oder wie? Hunde. Gegen Hunde? Irgendwo sind Hunde. Ich habe Hunde gehört, ich bin weg. Tschüss, es gab keine Pfeile. Ich bin nicht motiviert. Bis da drüben, okay. Da habe ich auf dem Rechner eben gerade was gehört. Das hat sich nach Kreis schon angehört. Wir brauchen dringend Federn. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal... Da ist er, bei der Frau. Bei der Frau. Ich weiß sie nicht. Ah, da. Da kommt sie. Ich weiß, dass wir tracken mal alle. Oh, Mist, ich komme runter. Nee, sie hat schon eine Horde mitgebracht. Hat sie schon? Ja, die wird übrigens jetzt immer eine Horde mitbringen. Das ist irgendwie so eingestellt worden. Ja. Ach so, wegen Sicht und so. Nee, sie haben es so gemacht, dass sie auf jeden Fall eine Horde bringt. Oh mein Gott. Was denn was denn? Die bauen sich aufeinander auf. Los, kommt. Los, kommt. Lasst uns helfen. Oh, der hat ein Kappelut-Ener gekriegt. Ah, das A-Team. Ja, das waren Seiten. Oh nein, hast du ihn gelootet vorher? Klar. Okay. Die bleiben doch jetzt noch länger liegen, richtig? Nee. Äh, weiß ich nicht. Hat gehört. Muss ich es wissen? Oh, sag mal. Was denn? Wer von euch hat schon mal eine Machete verwendet? Äh, nee. Leider nicht. Komm mal jemand zu mir auf die Straße. Aber es hat noch niemand eine Machete von euch verwendet. Nee. Och. Ganz am Anfang mal. Die Machete deckt bei mir den kompletten Bildschirm ein. Also jetzt nicht, dass es mein Sichtfeld. Guck mal hier, ich dropp mal hier eine Machete hin. Nimm mal. Jetzt entgeändert. Und benutzt die mal. Ja, ich meine ja. Die war früher kleiner und wurde so ins Bild gehalten. Da bin ich mir relativ sicher. Du hast ja, du hast ja richtig so Dornen. Boah, das siehst du krass aus. Screenshot-Miniers. Warte mal, das muss ich jetzt aber kurz nur so. Die Baumwolle sieht jetzt anders aus. Ich fühle mich schon ein bisschen benutzt jetzt von euch. Nein, nein, bleib so, bleib so, bleib so. Okay, mach du zuerst. Okay, ja. Jetzt prostituieren sie sich wieder für Fotos. Mann, die Machete wieder in die Hand. Du Assi. Jetzt sind da die Schrotze. Welche Machete? Nimm mal eine Machete. Jetzt. Oh, schön, mit Sonne. Fick doch. Jetzt warte doch mal, ich durfte noch gar nicht. Nimm die scheiß Machete, liegt auf dem Boden. Hoff ich. Hoff ich. Liegt sie noch da? Was ist es? Ich durfte ganz gut machen, finde ich nicht gut, wa? Du hattest 30 Stunden Zeit dafür. Nein, der Wollern ist mir ständig ins Bild gerannt. Nein, der Wollern stand hinter dir. Nein, nein, nein. Wow. Wow. Die nehmen mich nicht ernst, liebe Zuschauer, ihr wisst das. Ich habe doch selber eine Machete, ich voll fast. Oh Gott, Mädchen. Ich jetzt? Wirklich? Kann mich bitte einer befreien? Wo bist du denn? Vor was denn? Ja, vor euch. Ach so. Von euch befreien. Das macht Sinn. Rettet mich. Jackie, wie sieht es aus mit Beton? Ich habe hier ein Mäuerchen schön aufgewertet. Hätte ich gern noch ein bisschen Beton für. Ich habe nur noch fünf Kronen im Mix, weil ich bin ein Bad Borgen dafür. Warte mal. Was brauchst du dafür, genau? Bevor die Horde kommt, würde ich gern noch ein bisschen auffrusten. Das ist anders, das Licht ist angegangen. Das machen wir auch. Licht. Licht. Licht nicht. Licht mit Licht. Ach so, ich habe Licht angeschaltet. Ich muss hier Dings finden. Unbedingt muss ich hier Dings finden. Wie heißt das Zeug? Ja, Dings ist immer gut. Dings. Hohn, Stein, Papier. Wollen wir mal auf Höhlentour gehen? Genau, das braucht das, genau das Zeug. Lass uns mal Richtung Norden laufen. Ich müll mich kurz aus. Dieses Weifel, dieses Pulver. Was du nicht so oft durch die Nase ziehen sollst. Ähm, na. Ja, was heißt nicht so oft? Da muss man auch ein bisschen... Das soll dann ziert sehen. Wenn man es bewusst anwendet, dann... Oh ja, schon klar. Ja, ja, ist schon gut. So. So, ich nehme noch ein Tabletchen. Nur noch eins. Wie sieht es eigentlich aus mit Leuten mit... Mit? Braucht ihr noch was? Braucht ihr noch was? Brauche ich eine Pickaxe? Aber dauna... Pickaxe? Gebe ich dir meine, gebe ich dir meine. Nee, warte, ich muss sie auch jetzt abbauen. Das ist Quatsch. Brauchtest du eine Pickaxe? So, ich nehme noch einen, Jackie. Follow me. Ich hätte gerne eine Stahl-Pickaxe. Wait. Also, wenn du noch einen Stahlbarren hast, kannst du mir auch selber eine herstellen. Äh, ja, ich könnte ja auch eine herstellen. Das ist überhaupt null Problem. Jackie macht, Jackie macht die besten Pickaxen. 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 Dauert jetzt so 50 Sekunden. Von jetzt an. Gut, ich komme gleich zurückgerannt. Ich höre noch den Baum und dann komme ich zurück. Alright. Was mit Essen und Trinken? So du wie das. So muck wie das? Ja, ich könnte für dich, Minias, schon mal was aufwerten, kurzfristig. Und ansonsten habe ich hier übrigens noch eine Drunk and Disorally Challenge. A strange note found by looting. Ich werde ich jetzt mal lesen. Listen, Punk. Was? Hm? 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 Ich werde beobachtet. Ich bin pretty crafty. Ah, ja. Ich darf nicht lachen. Ich hatte eine OP am Freitag. Ja. Endlich hat er sich die Brüste machen lassen. Spannend an bisschen. Ich hatte eine Charn-OP. Ich hatte eine Charn-OP. Hallo? Du kannst doch nicht kageln. Ich habe gute Reaktion. Was geht los mit dir? Warum redest du so? Machst du die Leute nach? Ihr seid so doof, echt. Ich kann überhaupt nicht lesen. Challenge. Kill Zombies with your first while drunk. Ja, das krieg ich hin. Zombies töten, während sie sich besoffen sind. Das krieg ich hin. Das ist eine tolle Challenge. Das magst du. Ich meine Lieblingschall. Sag mal, wir hatten wirklich Loot respawned. Die Nester direkt vorm Haus sind bespawnt. Komm, willst du auf den Weg machen? Wohne, hast du das gesehen? Ich bin Parkourer. Ich möchte gerne erst meine Axt haben. Wo bist du wieder? Serien, Fipi. Ich laufe gerade auf meine Hütte. Serien, Fipi, die. Fipi, die. Wo ist denn gerade? Ich bin auf deiner Hütte. Ja, und ich stehe vor meiner Hütte. Hier unter. Ja, dann. Fang. Dingo, Dingo. Guck mir nicht so an. Ich hatte sogar in meiner Hütte einen Respawn. Wie geil ist das denn? 4, 3, 6, 7. Und dann in die Spikes mit dem Auge. Das ist lang. Minias, wo bist du denn jetzt hier? Ich bin bei dir. Warte, vor der Hütte. Ich wollte Richtung Norden. Vor der Hütte? Sag ich hier für dich alleine aufwerten? Na komm. Was? Nichts aufwerten. Nichts, komm. Nee, nicht vor meiner Hütte. Hier unten. Vor allem Richtung Krankenhaus. Ich will doch Richtung Norden. So ein bisschen irre fühlen hier. Komm, Diggi. Okay. Ich müsste mich aber vorher ausleeren, weil das hierzu nicht... Oh! Pass mal auf, in der Hauptbasis unten hängt eine Müllkiste an der Wand von mir. Ja, ich bin jetzt da. Müller rein. Um den Judenkram zu holen. Ich mach das. Bin da sehr dankbar für. Wenn sie leer ist, meinst du? Nee, ist ja nicht so, dass ich da Zeug reinleg, was ich im Grunde... Ich brauche. What? Ja. What? Ist gut. Ich hab die zweimal gefunden, oder was? Ich hab diese komischen Dings zweimal gefunden, Leute. Komische Dings? Die komischen Dings. Ich brauch noch was zum Saufen. Hier unbedingt hier. Alkohol. Nimm drei mit. Alkohol? Ich nehm mir eins mit. Alkohol? Ja, ich brauch Alkohol. Ja, um meine Challenge zu erfüllen. Aber wir haben nur Bier. Reicht das doch, Alkohol. Das ist Wasser. Hallo. Hast du dich gesehen, Silhouette, Biddy? Seit wann gibt's denn Golden Rod Seat? Das ist schon immer. Sag mal, Minja, bist du nicht dicht, oder was? Das sage ich wieder Kommentar. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist doch neu, oder? Mann, Mann, Achim. Und ich war ne Woche nicht da, ist klar. Echt, ja. Fast zwei Jahre nicht da, aber Minja ist zwischendurch im Koma. Kann ich bestätigen. Bin mit dem verheiratet, mit dem Koma, oh Mann. Nicht lachen jetzt. Platzt wieder alles auf. Das ist nicht gut, weg. Öfter sagen diese. So, ich bin jetzt bei Minja. Wo ist Wohnein? I'm coming. Oh mein Gott. Alles klar, ist okay bei dir? Ja, ich bin gerade irritiert mit dem Bogen. Der ist von mir komplett aus dem Sichtfeld raus. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt auch anders, oder Mann? Ja, nicht, bei dir nicht. Vielleicht ist das auch bei mir ein Darstellungsfehler. Nee, ich seh... Die Fallspitze ist richtig... Ja klar. Ich seh, praktisch auf der rechten unteren Ecke seh ich so ein bisschen was von dem Bogen. Und nun ist die Fall, ich kriege kein Alkohol mehr, äh, Fleischammer. War das schon immer so? Ich meine, dass man mehr vom Bogen gesehen hat, regulär früher. Wohnein geben wir mal einen Alkohol, sonst kriegst du nicht hin. Ich schaffe es nicht mehr. Oh, Hund. Hund. Oh, schnell. Ja. Sehen. Komm zurück, genau. Oh, was ist denn mit dem Hund? Sag mal, geht's dir nicht gut? Ich schon wieder. Wie ich nicht treffe, ist das schwierig. Ich hab gerade die Antibiotika rausgepackt. Gut. Oh, boah, das war knapp. Was ist denn? Not sich jetzt schon? Ey, wollen wir hier jetzt irgendwie verweilen bei denen schon? Oder wie sagt das? Ach so, ja, ich... Der ist schon tot. Der ist schon tot. Nein, ist er nicht jetzt. Oh Gott. Boah, Monster Jam. Monster Jam. Jamboree. Wie sind die Zombies? Haben die was an dem Schwierigkeitsgrad geändert? Glaub auch. Die Zombies sind total stabil. Nicht so viel. Wir sind total instabil. Ich mein, der Dicke hier, der war schon immer sehr stabil im Vergleich zu seinen Freunden. Wie kann ich denn das Ding mir in die Ecke ziehen, verdammt? Oh, schön. Schön. Das tut gut. Geil. Wo waren wir jetzt so mit hin? Norden. Wir gehen mal hier... Ja, okay. Wir waren noch nie Richtung Norden. Wir waren noch nie nirgends. Nie nirgends? Nee, wir waren ja noch nie... Also Federn sammeln, Federn sammeln, Federn sammeln. Okay? Ich glaube, er meinte, wir waren noch nie nirgends wo richtig. Nee, richtig, ja. Wir waren nicht wirklich nirgends wo. Nie, nicht. Niemals nie. Hast du jetzt schon getrunken? Du sollst erst, wenn du einen Zombie killst. Naja, gleichzeitig wahrscheinlich. Du musst... Ah, ich dachte, in den Socken sein. Ah, ja. Achso, jetzt habe ich es auch geschrieben. Wo seid denn hier hin? Dicke holt nochmal... Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Den nicht mit mir. Lass den Bär. Lass den Bär. Was ist denn das gewesen gerade? Alkohol. Potassium bräuchte ich noch. Kohle. Nee, das war Kohle. Ich geh jetzt hier den Berg hoch, ja? Ja. Wir sehen dich. Muss ich das Licht wie ausmachen? Das ist ja schlimm. Okay. Ja, das ist ein bisschen über... Ich gebe Licht, egal. Nestchen. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. S-O-V? S. SUV? SUV? Oh, das ist eine geheime Botschaft. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich. Was denn? Siegfriedkohle noch? Ja, ne? Nee. Ich habe Kohle gerade, ja. Hier ist noch ein... Ja, ja, ja. Ja, ich habe... Was hast du gemacht, S&MD? Dix, ich habe eine Ecke gesetzt. Wow. Wow. You fucking kidding me. Dass ich das noch erleben darf. Hä? Na komm, ich habe sie hier weghalten. Diese Zombie... Äh, die Zombie hoch, ähm... Borg. Hochstrahl. Oh, ich bin ein Idiot. Ich bewege dich. Verseucht. Äh... Biohazard. Das fängt ja super an. Haben wir Honig zufällig dabei. Honig? Wir rutschen nochmal zurück. Nee. Wir müssen... Bienen looten. Looten Bienen. Wir müssen Bienen looten. Mister Bienen spielt auch mit. Also jetzt... Jetzt trinke ich was. It wird Zeit. Ja, genau. Töte mal jemanden. Nicht mich. So, lass mir die Zombies jetzt hier. Alles klar. Ich weiß nicht, wie viel ich mache. Aber darf ich ihnen ein bisschen wehtun, denn? Nein. Ja, du kannst sie ein bisschen wehtun, aber nicht töten. Aber nur ein bisschen. Der schlägt ja wieder auf. Der will mich doch verarschen. Oh, nein. Oh, ah. Hilfe. 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 Ist er... Boah. Genau. Kümmer dich, Eminias. Kümmer dich, Eminias. Ich komme schon klar. Der ist tot. Wo bist denn du? Weckerend? Ja. Ich habe mir ein Medikid reingezerrt. Das war jetzt irgendwie schwierig gerade. Ich komme. Lass sie mir. Lass sie mir. Das ist doch... Die Frau brennt schon mal? Du musst zum Antibiotikate... Der ist schon tot. Oh, lass mich. Lass mich. Mach den Save. Mach die Schuss. Ja, ja, mach den. Nein. Mist. Oh, Mann. Scheiße. Ich bin zu dämlich. Was war das? Scheiße. Was ist denn hier los? Hier sind immer Zombies. Ist das ein Zombiespiel? Wann schnitt man Zombies im Spiel? Das ist auch nicht. Da ist hier noch ein Zombies anwesend. Nö. Zombies anwesend. Da hinten doch. Doch, doch. Hinter dem Zeltler. Ah, ja. Hier liegt er. Hallo, Kleiner. Hau ihn um. Kacker. Hallo, Kleiner Kacker, du. Scheinwerfer an. Danke. Ich stehe auf dem Baum. Nee, auf dem Ast. Oh, komm. Das war doch jetzt. Okay, ich guck mir das nicht mehr an. Okay. Hat die Zombies gelootet? Was ist mit den Quests hier? Die Machete hat eine Entity-Damage von 7,28. Daran könnte es ja auch liegen, ne? Dass die, ja. Dass die einfach scheiße ist. Ah, ich hätte die akzeptieren müssen. Das war ja doof. Oh mein Gott. Das hast du mit Absicht gemacht. Warte. Ich muss zwei Zombies täten. Täten. Tätens würden täten. Zwei Zombies. Ja. Nehmen wir doch mal einen Reinforced Club, der wenigstens ein bisschen Power hat. Täte sie alle. Geht weg. Kann einer eigentlich von euch einen Spike-Club? Ne. Oh, da ist ein Protestchen. Doch, warte mal. Und zwar? Echt jetzt? Ach ne, es war im anderen. Okay. Im anderen? Solo-Let's-Play. Ach ne. Ja, genau. Ja. Ein Speed-Hack an? Oder warum bist du so? Ich bin, ne. Ich bin ein Bruff. Ja. Also im Norden kommt Schnee. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es so. Unser Wille ist. Ich brauche jetzt Zombies, verdammt. Ach, Schnee-Bio. Das stimmt, jetzt hier. Zombies spawnen auszuschaltet für zehn Minuten. War das nicht gut? Soll ich wieder anmachen? Da brauchen wir da immer so ein Blankenzeichen. Ich muss... Oh, fuck. Ein Markenzeichen? Ich bin schon wieder nicht besoffen. Ne, bin nicht. Bruder, dann hast du noch ein Bier. Ja, hab ich. Muss ich zwei Bier trinken? Und was sollen sie sein? Ich weiß nicht, du kriegst es nicht mit, wenn du bedrungen bist. Also du müsstest doch so schlecht sehen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Könnt ihr mal helfen beim Holzfäller? Steak? Äh, Zombie? Wo seid ihr denn hin? Ihr seid ja weit. Hm. Ich komme. Ja, ja, ich sehe ich, ja. Hier ist gelb. Okay, da. Was ist denn mit ihm los hier? Na, hat's wehgetan? Ich hoffe es doch. Biohazard. Lass mich hier. Ähm, ich habe gerade eine ganz komische Anzahl. Aua, aua. Oh, ich blute. Shit. Bandage. Hast du? Ja, zum Glück. Ich brauche eine Ersatzbandage. Mein Leben ist nicht... Mein Leben ist die Hölle. Also ich habe hier übrigens noch First Aid Kits. Gleich haben wir hier Bier liegt. Nehme ich. Bier liegt, gut. First Aid Kits? Liegt. Bier rollt runter. Bier ist jetzt verschwunden. Ich sehe Bier nicht mehr. Jetzt habe ich es wieder. Okay. Ich habe es wieder. Ähm, ich habe hier eine Anzeige oben im Kompass. Folgt mir mal bitte. Ich habe hier eine Anzeige. Da sehe ich ein Camp in Richtung Nordosten. Seht ihr es auch oben? In so ganz leicht grau nur. Auf dem N von Nordosten. Ist das vielleicht eine Kräfte, die du angenommen hast? Ne. Aber lasst mal... Seht ihr nicht? Lasst mal Mia es folgen. Der wird schon irgendeine Idee haben. Was genau Minas gefunden hat, werden wir nächste Folge sehen. Teil 7. Ich glaube, ich sehe schon, was da ist. Oh, was? Was? Ja. Du siehst es leider soweit. Bis morgen. Bis nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.